Hallo und herzlich willkommen, ich begrüße dich zu diesem Video. Wenn du neu hier bist, dann lass mir dein Abo da, dann sind wir miteinander verbunden und du verpasst kein Video mehr von mir. Für dieses kleine Wellenbild habe ich die Farben Indigo Blau, Grün, Weiß, Terracotta und Schwarz genommen. Ich male eine Welle und sie bricht an einem Felsen, also stell dich darauf ein, ich entführe dich ans Meer. Wir beobachten die Wellen in ihrem Rhythmus, wie sie schwingen und unsere Gedanken lassen wir einfach los. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Videoschauen, lehn dich zurück und entspann dich. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Videoschauen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Videoschauen. Musik 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 Wenn dir das Video gefällt, würde ich mich sehr über deinen Daumen hoch freuen. Und falls du einen Wunsch hast oder Anregungen, so schreib sie mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Danke! Musik 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 Wenn du dich in ein Gemälde von mir verliebt hast, dann schau mal in die Videobeschreibung, da findest du den Link zu meinem Shop. Viel Freude beim Stöbern und beim Finden! Musik Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude wie ich und ich konnte dich entführen und du hattest eine schöne Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Nachmachen und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach es doch jetzt. Ich freue mich auf dich im nächsten Video. Alles Liebe, deine Anke